Physiotherapie bei Non-CF-Bronchiektasen, muss das sein? Das ist so ein bisschen die Frage, die ich vorangestellt habe. Denn wenn wir uns so die Leitlinien angucken, dann ist das immer eine Frage, die man sich tatsächlich stellen sollte. Und nach dem Vortrag von Herrn Welsner wissen wir ja jetzt durchaus, dass es sein muss, würde ich mal schon mal so vorwegnehmen. Ganz wichtig immer bei all dem, was ich jetzt gleich so erzähle. Also ich neige dazu, mich nicht groß an Studien entlang zu hangeln, sondern was ich gleich erzählen werde, ist tatsächlich das, was ich im Alltag erfahre. Und die Erfahrungen, die man einfach macht. Und ich finde das immer ganz wichtig, weil eigentlich, und das haben wir an der dritten Folie von Matthias auch ganz schön gesehen, sind diese Bronchiektasen ja total unterschiedlich. Auch schon, wenn man sie sich anschaut, bei den einen sind sie mehr vertreten, dann weniger und genauso ist es in der Therapie auch. Und wie auch bei allen anderen Krankheitsbildern, finde ich einfach, es gibt keine Lösung A, B oder C, sondern es ist total individuell, wie man gucken muss, wie man mit den Patienten zum Ziel kommt. Und es gibt einfach Handwerkszeug, das man an die Hand nehmen kann und das man nutzen kann. Das versuche ich vorzustellen, aber es gibt nicht die Lösung für alle Bronchiektasen-Patienten. Das ist meine Meinung, vielleicht gibt es dazu andere, aber das lässt sich ja hinterher diskutieren. Ich kann gerne Fragen und Antworten stellen in dem Blog. Hier haben wir eine Leitlinie und ich will mich da gar nicht lange dran festhalten. Was man einfach immer nur sieht, ist so, dass der Empfehlungsgrad eigentlich immer relativ gering ist. Und was man einfach rausfinden konnte, ist, dass diese Airway-Clearance-Techniken schon dafür sorgen, dass wir einfach weniger Exobservationen haben, dass es die Quality of Life ein bisschen verbessert und dass es natürlich die Husten-Problematik und die damit einhergehende Sekret-Problematik verbessert. Aber all das, was man da gesehen hat, hat immer keinen hohen Empfehlungsgrad. Also die Studien waren leider nie so gut, dass sie am Ende sagen konnten, wir geben den höchsten Empfehlungsgrad. Und das ist so die Frage, warum ich sie vorangestellt habe. Muss das eigentlich sein? Weil eigentlich könnte man sich ja fragen, naja, wenn wir uns das so anschauen und die Empfehlungsgrade anschauen, dann muss man ja eigentlich immer sagen, kann man machen, muss man aber nicht. Der Alltag zeigt uns natürlich ein bisschen was anderes. Hier nochmal so ein bisschen was zu dem Thema Inhalation und was ist gut und was ist vielleicht weniger gut getestet. Also was man halt rausgefunden hat, ist, dass Hypertone-Kochsalzlösung, aber auch Isotone-Kochsalzlösung, gute Effekte auf Exerzervationen und die Quality of Life und auf die Sputum-Kolonisation haben. Und dass es durchaus die daraufhin folgen, die respiratorische Funktion einfach verbessern kann bei Non-CF-Bronchiektase-Patienten. Bei Manitol war es so, dass das Ganze für die Exerzervationsrate nicht signifikant gezeigt werden konnte und dass es da aber auch leichte Verbesserungen in Quality of Life gab. Was tatsächlich, das ist ganz interessant, was Matthias und ich, wir haben uns da nicht abgestimmt, wie man sieht. Die DNA-Ase ist eigentlich kontraindiziert benannt worden in dem, was ich gefunden habe bei den Non-CF-Bronchiektase-Patienten. Wir wissen, dass es bei den CF-Patienten was anderes ist, aber bei den Non-CF-Bronchiektase-Patienten ist es tatsächlich so, wie ich es gesehen habe. Vielleicht kann er oder will er dahinter noch was zu sagen oder vielleicht sagen wir doch einfach nichts mehr zu. Und ebenfalls nicht zugelassen in Deutschland. Also bin ich eigentlich ganz richtig, oder? Irgendwie, ja. Das hat mich doch gerade fast ein bisschen durcheinander gemacht. Aber gut, dann sind wir ja auf einem guten Wege. Und jetzt kommt der fette große Daumen und das ist immer das, was immer geht. Und das hat der Matthias ja vorhin auch schon mal gesagt. Also wenn es wirklich gute Studienlagen gibt, dann ist es immer zu dem Thema Bewegung und Sport. Also Bewegung und Sport, das hat immer relativ gute Outcomes, wenn es um Studienlagen geht. Und da sind die Empfehlungen tatsächlich auch hoch. Und das ist das, was wir in der Physio nicht sehen. Und deswegen die Frage, brauchen wir es eigentlich? Und der Spruch hier unten ist eigentlich ganz gut. Also natürlich brauchen wir Sportarten, Therapie und Rehabilitation. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass wir einfach weiter daran arbeiten, gute Studien zu machen, um das einfach auch noch besser nachzuweisen. Und es sind einfach noch große Schritte zu gehen, um da wirklich was zu zeigen. Und ich glaube, viele von uns sind dabei und sind in kleineren Studien beteiligt oder auch vielleicht in größeren Studien. Und es gibt vieles, wo wir versuchen, ein bisschen was zu tun. Und ich hoffe, dass wir da in den nächsten Jahren tatsächlich auch so die Physiotherapie einfach noch mal ein bisschen anders präsentieren, was so die Studienlage angeht. Jetzt mal weg von der Studienlage und wir gehen einfach mal so in den Alltag rein. Und da haben wir diesen typischen Kreislauf, den es einfach gibt. Also wir haben die Luftnot und die einfach entsteht durch vielleicht auch dann das vermehrte Sekret. Und dadurch haben wir weniger Belastung. Und durch weniger Belastung bewegen wir uns weniger. Und dann haben wir wieder weniger Luft. Und dann wird das größer. Und dann haben wir diesen Teufelskreis, von dem einfach gesprochen wurde. Und was ist der Weg da raus? Und wenn ich jetzt so in den Alltag bei uns in der Klinik gucke, ist es eigentlich so, dass es am Anfang mal darum geht, dass dieses Sekret raus muss aus den Patienten. Und wenn das Sekret rauskommt und die Patienten wieder dadurch besser atmen können und besser Luft bekommen, dann bewegen sie sich besser. Dann können wir mit denen im Zweifel aufstehen, uns laufen und in den Trainingsraum gehen. Und das Gute ist, wenn man diesen Kreislauf irgendwo durchbrochen hat, dann sorgt das mehr an Bewegung und der Weg in den Trainingsraum auch schon wieder dafür, dass sich mehr Sekret löst. Weil Bewegung ist tatsächlich auch ein super guter Sekretmobilisator. Und dann kann man manchmal sogar von den anderen Techniken schon wieder ein bisschen weggehen und geht mehr in die Bewegung und bringt dann das Sekret in Bewegung tatsächlich mit raus. Und durchbricht dadurch einfach diesen Teufelskreis. Dadurch wird man wieder fitter, kann sich wieder mehr bewegen. Und all das sorgt dafür, dass es am Ende des Tages tatsächlich dann ein ganz gutes Outcome haben kann. Anfangen tut Sekretmobilisation für mich immer mit dem Thema Inhalation. Also wir haben vorhin ganz schöne Aufnahmen bronchioskopisch gesehen, wie das Sekret aussieht. Und ich kann es einfach nur jedem empfehlen, der für mich jetzt, der in einer großen Klinik arbeitet, irgendwie leicht dahergesagt. Aber ich finde es immer extrem wichtig, dass wir uns damit beschäftigen, mit wem haben wir es eigentlich zu tun. Ich nenne das immer mein Gegner. Also ich muss wissen, wer ist eigentlich mein Gegner, damit ich ihn bekämpfen kann. Und in dem Fall ist es halt das Sekret. Und ich muss einfach wissen, wie sieht das Sekret meines Patienten aus. Und deswegen ist es für uns Physiotherapeuten auch, glaube ich, unglaublich wichtig, dass wenn die Patienten das Sekret abhusten, dass sie es uns gerne auch mal zeigen dürfen. Also ich weiß für Kollegen, die jetzt nicht jeden Tag damit zu tun haben, ist das manchmal ein bisschen befremdlich, wenn wir sagen, oh, zeig doch mal, wie sieht das aus. Und auch für die Patienten ist es manchmal ein bisschen befremdlich. Und da muss man denen erklären, dass es für uns eigentlich nichts Schöneres gibt, als wenn die uns das da in die Nierenschale spucken und wir da drauf gucken können und sehen können, wie das aussieht. Und das ist total wichtig, weil wir bei unserer Entscheidung, was das Thema Inhalation angeht, glaube ich, schon noch wichtig ist zu sehen, mit wem haben wir es da zu tun. Weil das Ding ist, wenn wir immer mit dem Höchsten und dem Stärksten, was wir haben, draufschießen, dann können wir manchmal sogar eher den Weg ins Negative lenken. Und wenn Sekret zu flüssig wird, dann haben wir auch ein Problem, es zu mobilisieren. Ich habe heute noch einen ganz, ganz interessanten Patienten gehabt, der hat Hyperton eine Kochsalzlösung inhaliert und der hat tatsächlich eine Lungenseite ist komplett blockiert quasi. Und wenn der inhaliert, strömt halt immer alles rüber auf die eine Seite. Und da ist es wahnsinnig flüssig, also wirklich wässrig, wässrig, einfach nur, wenn man bronchioskopisch reinschaut. Und die andere Seite ist komplett zugeklebt und fest. Und da sieht man einfach, dass man schon ganz genau gucken muss, was kann ich wofür wählen und wo muss es eigentlich auch hin. Und das ist, glaube ich, auch manchmal ein Problem, das wir haben, dieses Lenken. Wir würden ja manchmal gerne die Dinge wirklich genau an den Ort des Geschehens lenken. Und inhalieren ist ja schon was, wo wir wirklich an den Ort des Geschehens gehen und nicht systemisch durchgehen. Aber ja, also schon genau gucken, was wählt man aus? Und muss es immer direkt das siebenprozentige oder sechsprozentige inhaliert sein? Oder reicht es auch das dreiprozentige? Oder kann man vielleicht bei manchen, wo es einfach die Toleranz auch nicht so gut da ist, erst mal mit 0,9%ig anfangen und sich dann heranarbeiten? Das ist halt die Entscheidung beim Inhalieren. Warum habe ich die anderen Dinge durchgestrichen? Also wir wissen, dass wir mit inhalativem Antibiotika arbeiten und auch da das Gefühl haben, dass es uns manchmal helfen kann, das Sekret zu verändern, jetzt so aus der physiotherapeutischen Sicht. Aber wie Herr Welsner schon gesagt hat, das ist halt off-label. Deswegen habe ich es mal ge-ixt. In dem Moment, man könnte es so halb-ixten. Die DNA habe ich durchge-ixt, weil es kontraindiziert ist. Das Manitol kommt bei uns, ich glaube, Matthias, wir haben es im CF-Bereich, ist es schon im Einsatz, aber im Non-CF-Bereich kann ich mich vielleicht an ein, zwei Patienten erinnern, wo wir es mal probiert haben, weil wir einfach dem Patienten ermöglichen wollten, einen Pulver in Erlats zu nehmen und von dem Gerät wegzukommen. Aber ich glaube, dass wir es groß im Einsatz hatten, kann ich mich nicht daran erinnern. Keine Frage, nur ein Kommentar. In der Antwort-Session. Letztendlich steht hier, dass viele Ärzte sich weigern, einen Sputum-Befund bei Non-CF-Patienten zu erstellen. Das ist auch das, was ich aus meiner Erfahrung immer wieder zu hören bekomme. Letztendlich ist, glaube ich, die Wichtigkeit vielen ärztlichen Kollegen einfach auch nicht bewusst, was es bedeutet, regelmäßig Sputum zu untersuchen und zu gucken, ob es hier auch zu einem Wechsel der Fehlbesiedlung kommt. Immer wieder erstaunlich, wie schwer es ist, das Ganze auch im ambulanten Setting auch von den Patienten einzufordern. Das ist für uns auch einfach aus Bequemlichkeit einfacher, wenn wir das hier über unsere Klinik machen, weil wir auch wissen, dass das im niedergelassenen Bereich nahezu gar nicht passiert. Deswegen kann ich auch immer nur erzählen, Patienten, die Probleme haben, immer wieder an Zentren anzubinden, weil auch viele Dinge, die im Zentrum selbstverständlich sind, draußen einfach nicht durchgeführt werden. Da muss man sich nicht suffizient genug durchgeführt werden. Und jetzt halte ich die Klappe und du kannst weitermachen. Ja, also ich glaube, was total wichtig ist, dass wir Physiotherapeuten einfach das Selbstbewusstsein haben und auch unsere Erfahrungen rückmelden an die Ärzte. Also nicht nur auf die Rückmeldung der Ärzte warten, sondern auch unsere Sachen zurückmelden, weil wir erleben halt auch immer wieder, und das selbst in der Klinik, dass das heißt, der Patient hat überhaupt kein Sekret und dann macht man mit dem Therapie und man lässt den halt mal, also man entbläht einen Patienten, das heißt irgendwie, der Patient ist total überbläht und man geht mit dem halt mal so ein bisschen in die längere Ausatmung und plötzlich hört man was. Ich glaube, wenn man einem total überblähten Patienten ein Stethoskop auflegt, dann hört man halt nicht unbedingt immer was. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass wir, wenn wir in der Physiotherapie Erfahrungen machen, dass wir es rückmelden. Matthias, du wolltest noch was sagen? Ja, ich wollte schon wieder dazwischen grätschen, weil schon wieder die nächste Frage gekommen ist, und zwar wie du das Ganze praktisch machst, bei so einem Patienten, von dem du gerade gesprochen hast. Also wie dosierst du das Kochsalz und wie lagerst du den Patienten? Auf welche Seite? Ach so, bei dem Patienten, von dem ich gerade gesprochen habe? Ja. Ja, das ist tatsächlich, der ist jetzt kein Non-CF-Patient. Also bei dem Patienten, also es ist ja immer die Frage, was machen wir. Grundsätzlich würde man natürlich sagen, dass wir die Seite, in die wir atmen wollen, groß machen. Also wenn ich jetzt, also ich versuche immer im Sitzen zu inhalieren und da kann man halt dann über Seiteneigung versuchen zu atmen, halt, dass man die eine Seite zumacht, die andere Seite aufmacht und dann versucht, der logische Gedanke ist ja immer, da, wo weniger Widerstand ist, strömt die Luft leicht dahin und dass wir versuchen, in die Bereiche, in die Bereiche so zu kommen. Wenn man es im Liegen macht, in Seitlage und dann würde ich tatsächlich die betroffenere Seite eher nach oben legen in dem Moment. Bei dem Patienten ist es jetzt tatsächlich sehr speziell gewesen, aber ich glaube, das sprengt jetzt auch so ein bisschen den Rahmen, aber da war es halt, dass der, der, die Seite komplett blockiert war und wir halt dann überlegt hatten, legen wir ihn halt genau auf die Seite, damit es vielleicht irgendwie darunter rieselt oder so. Das war wirklich sehr, sehr kompliziert, aber da müssten wir eigentlich erst gucken, dass wir überhaupt dafür sorgen, dass die Seite wieder ein bisschen aufgeht. Aber das war schon auch ein sehr spezieller Fall, aber das ist so das, wo ich einfach denke, wir müssen uns angucken, mit wem wir es zu tun haben und wie das Sekret aussieht und das ist wahnsinnig spannend. Und dann können wir ja auch bewerten, wie sich es verändert vielleicht, wenn die Patienten inhalieren und das ist ja eigentlich, na, wenn wir sehen, es passiert nichts, können wir darüber nachdenken, ob wir höher dosieren und wenn wir sehen, es wird besser und der Patient hat, dann müssen wir nicht unbedingt immer weiter und immer höher gehen und mit dem, also man weiß ja, dass 16-prozentige Kochsalzlösung sehr wahrscheinlich noch besser verflüssigen würde, aber dann ist irgendwann dann nicht mehr so, dass der Patient das gerne inhalieren möchte. Also dementsprechend muss man dann einfach auch gucken, was ist tolerabel. Wenn es ums Inhalieren geht, das möchte ich, es ist ja irgendwie was, wo ich gerne stundenlang drüber rede, aber das möchte ich jetzt kurz halten. Also ganz, ganz wichtig ist, das Inhalieren muss einfach gelernt werden. Also wir können nicht irgendwie sagen, ja, der muss jetzt hochdosehtes Kochsalz inhalieren und hier hast du das und dann mach mal. Also das Allerallerwichtigste, was man machen muss, ist eine anständige Inhalationsschulung und da hilft es auch nicht, den Patienten zu sagen, da gibt es ein YouTube-Video, guck dir das mal an, wie das in letzter Zeit häufig geschieht. Also ich bekomme das rückgemeldet aus vielen Praxen, wo Patienten einfach dann, also Arztpraxen, wo dann gesagt wird, hier, da gibt es von der Deutschen Abendwegsliga tolle Videos, schau dir mal an und dann soll das funktionieren. Das funktioniert tatsächlich nicht, also wir müssen uns das vormachen, nachmachen, vormachen, nochmal vormachen, und dann müssen die es nachmachen und dann muss man gucken, dass das wirklich funktioniert. Was tatsächlich ein Riesenproblem ist und das ist total unterschätzt, das ist die dynamische Überblähung, da möchte ich einmal drauf eingehen, also was wirklich bei vielen Patienten passiert ist, dass die sagen, ich vertrage kein hochdosiertes Kochsalz und dann gibt man denen 0,9-prozentiges Kochsalz und dann sagen, nee, vertrage ich auch nicht, das macht mich sofort zu und dann beobachtet man, wie die inhalieren und die machen immer, atmen tief ein, atmen aus, machen, und dann sagen die, na sehen Sie, ich habe jetzt zweimal eingeatmet und schon bin ich zu und was eigentlich in dem Moment passiert ist, dass sie durch ihre Inhalationstechnik dynamisch überbläht sind beim Inhalieren und das dafür gesorgt hat, dass es das Problem ist und wenn man den anständig lernt und die Unterbrechertaste zum Beispiel nutzt beim Inhalieren und die über ein PEP-System ausatmen lässt, dann sieht man, dass diese Überblähung nicht stattfindet und auch hochdosiertes Kochsalz auf einmal super gut toleriert wird. Eine Frage? Ja, eine lange Frage, ich muss da erst mal lesen. Und zwar gibt es so meine Patientin, die einmal täglich Cholestin und einmal täglich 0,9% inhaliert, weil 3% kaum toleriert wird und sie hat einen üblen Geruch in der Ausatmungsluft. Ja, die Frage ist natürlich, und ist hier weitere Diagnostik angeraten, also natürlich ist für mich erst mal die Frage, welche Bakterien sind da überhaupt drin und ist Cholestin überhaupt das richtige Medikament? Die Frage ist auch, ob einmal täglich das Cholestin unabhängig von der Zulassung überhaupt einen gewünschten Effekt hat. Und das, was Thomas gerade gesagt hat, ist, ja, also man muss, glaube ich, versuchen, diese Patienten über die Atemtechnik, über die Inhalationstechnik auch ein höherprozentiges Kochsalz zu gewöhnen und zu trainieren. Das ist häufig auch eine Sache, die man vielleicht 2-, 3- oder 5-mal machen muss und häufig ist man dann doch überrascht, dass da von Patienten gesagt wird, die nie 0,9 Prozent oder die bei 0,9 Prozentiger schon gesagt haben, sie werden eng auf einmal 6-prozentige inhalieren und ich finde, die einmal tägliche Nutzung von Kochsalz in jedweder Dosis ehrlicherweise zu wenig, sondern das sollte schon 2, 3 oder vielleicht sogar noch häufiger durchgeführt werden, gerade wenn da ein Sekretproblem vorhanden ist. Ja, also ich muss auch ganz klar sagen, also die Erfahrung zeigt, dass die allermeisten Probleme tatsächlich durch das Anpassen der Inhalationstechnik behoben werden können. Also das ist, es gibt wesentlich ekligere Dinge als Colestin und 0,9 Prozentige Kochsalzlösung zu inhalieren und wesentlich reizendere Dinge und selbst da schafft man es echt durch, also was ganz wichtig ist, ist Kopfhaltung, Flussgeschwindigkeit und diese dynamische Überblähung zu beachten und wenn man da eine saubere Inhalationsschulung macht und das auch kontrolliert, dann kriegt man das meistens eigentlich ganz gut hin. Genau, und ansonsten muss man nochmal über eine Dosisanpassung sprechen. Ganz wichtig, gerade wenn wir auch darüber sprechen, über die Inhalation mit Antibiotika, es gibt ja auch die Filtereinsätze für die Inhaletten und ich denke, dass das was ist, was wir viel zu selten nutzen, auch im Klinikalltag, gerade wenn wir daran denken, dass wir Doppelzimmer haben oder dass wir als Therapeuten auch häufig ganz nah mit dabei sind und man kann durch den Einsatz dieser Ausatmenfilter halt dafür sorgen, dass die Luft so sauber gefiltert wird, dass 98,2 Prozent aller Dinge eigentlich rausgefiltert werden und man dadurch einfach viel, viel weniger in der Umgebungsklust Luft hat von dem inhalierten Antibiotika und das Ganze geht auch in die Richtung der Virenlast. Also wenn wir jetzt schon dabei sind, also diese Filter können hinterher auch bei Hilfsmitteln tatsächlich mit eingesetzt werden. Ich komme da aber nochmal daran dazu und ja, das darf man einfach nicht vergessen, dass es die gibt und wir nutzen sie eigentlich auch noch zu wenig, muss ich sagen. Also ich glaube, wir haben Situationen, wo wir sie einfach noch mehr nutzen könnten. Jetzt mal zum Thema Airware-Clearance-Technik. Christina sagt da ja gleich auch nochmal was zu. Also so ein bisschen das Problem ist, dass man, also jeder von uns hat natürlich irgendwie Schleim. Und wir kennen das alle irgendwie, dass man mal zwischendurch, gerade wenn man sich vielleicht auch mal mehr bewegt, dann muss man mal so machen und dann häuspern wir das ab und dann gibt es die einen, die schlucken das runter, andere spucken das an die Bushaltestelle oder ja, wie auch immer. Also man wird sein Sekret halt so los. Bei unseren Gesunden redet man jetzt vielleicht von zehn Milliliter Bronchialsekret am Tag und im Fall von Non-CF-Bronchiektasen reden wir von 100 Milliliter und deutlich mehr und jeder, der solche Patienten schon mal betreut hat, weiß, dass wir manchmal einfach eine ganze Nierenschale vollgemacht kriegen und da sind wir weit über 100 Milliliter. Und das ist dann wirklich eine Therapieeinheit, wo das passiert und dann kann man sich auch vorstellen, wie viel Befreiung das für den Patienten bedeutet, wenn das denn dann rauskommt. und normalerweise klärt sich 80 Prozent dieses Sekretes von diesen zehn Millilitern durch zeliere Tätigkeit. Jetzt ist so ein bisschen das Problem, also ich habe hier mal zwei Videos. Das ist die zeliere Clearance bei einem Gesunden. Also das ist ja das, was Matthias uns vorhin auch schon mal gezeigt hat. Also wir sehen so diese Bewegung und es ist eigentlich wunderschön und so kann das transportiert werden und wenn wir uns einfach mal anschauen, was passiert mit einer vergifteten Zilie, also jetzt haben wir mal eine Pseudomonas besiedelte Zilie und für all die, die hier gerade durchhalten müssen, weil die Veranstaltung länger als 20 Minuten geht und man ja keine Pausen eingeplant hat, auch für die Raucher gilt das. Also es ist jetzt nicht Slow-Mo, sondern es ist tatsächlich so, dass die so ein bisschen bedudelt sind, also als hätten die irgendwie einen über den Durst getrunken oder so, es nicht mehr so koordiniert, nicht mehr so schnell und da ist der Transport einfach gestört und jetzt kommen wir. Hier sieht man mal so ein bisschen den Vergleich, wie das funktioniert bei Gesunden im Vergleich zu COPD-Patienten, also die Clearance ist einfach total gestört und total verlangsamt. Da nochmal so ein Überblick darüber, wie viele Zilien, wie lang die sind und welche Frequenz und ich finde immer ganz interessant, sich auch über diese Frequenz, diese 15-Herz-Gedanken zu machen, weil das ja schon noch was ist, was uns so in unserer physiotherapeutischen Behandlung manchmal bewegt. Mit welcher Herzzahl können wir eigentlich am besten sekret mobilisieren und bewegen? Und dann ist immer auch die Frage, was können wir mit unseren Händen von außen am Brustkorb, welche Herzzeit schaffen wir? Da sind wir natürlich weit weg von solchen Bereichen. Trotz alledem wird es ja viel angewandt und von vielen Patienten einfach auch als angenehm empfunden, wenn wir das machen. Hier nochmal das Thema, haben wir jetzt schon gesehen von Matthias, so ein bisschen, also es gibt einfach verschiedenste Sorten von Sekret, hier haben wir so ein bisschen Sekret, das ist eher so ein bisschen schaumig und da muss man sich die Frage stellen, bräuchten wir bei so einem Patienten jetzt 6-prozentiges Kochsalz oder reicht uns da vielleicht irgendwie 3-prozentig oder sogar 0,9-prozentig, weil das ist schon so, wo man sagen muss, beim linken Bild, das ist mit dem Transport dann immer schon ein bisschen schwieriger, dann haben wir hier einfach schon ganz andere Dimensionen und da haben wir und das ist ein besonderer Fall und der ist echt spannend, also was es häufig gibt, ist dieses Sekret, dass wie so eine Wippe von einem Atemweg in den anderen reinhängt und das ist für uns Physiotherapeuten wahnsinnig schwer zu mobilisieren, weil das tatsächlich immer gefühlt so auf und ab und es ist nicht so einfach, das rauszukriegen, weil es ist immer so von einem, wenn es auf der einen Seite ein bisschen rauskommt, das macht nicht beidseitig, kommt raus und man hat das Gefühl, es geht immer so hin und her und das kann man bronchiskopisch sich sogar anschauen und sieht dann, wie in der Ausatmenphase in der einen Seite es ein bisschen hochkommt, in der anderen Seite dann automatisch ein bisschen runterläuft und das ist gar nicht so einfach, sowas zu mobilisieren. Eine unserer Techniken ist die autogene Drainage, ich möchte gar nicht so großartig drauf eingehen, weil ich einfach finde, die autogene Drainage nach Chevalier, die modifizierte autogene Drainage, die autogene Drainage nach Frau Krämer, die autogene Drainage nach Herr Hillmann, also ich glaube, dass auch die autogene Drainage durchaus sehr individuell gestaltet werden kann. Also ich glaube, die Basics müssen so sitzen, aber am Ende des Tages, und das ist jetzt meine Meinung, ist es total wichtig, dass man einfach gut ventiliert und das anständig macht und man kann die immer wieder ein bisschen individuell auf die Patienten anpassen und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da nicht so einen ganz starren Rahmen hat. Also ich glaube, man braucht ein Gerüst, so wie sieht es aus, aber dass man sich davon auch abbewegen kann und manche brauchen eher mal schneller ein bisschen höheren Flow, um zu transportieren und andere brauchen sehr, sehr lange, langsame Flow-Geschwindigkeiten, um das Sekret nach oben zu transportieren und da, das ist meine Meinung, muss man sich nicht immer so ganz starr an ein Gerüst halten. Und dann gibt es halt noch die ganzen Hands-off-Techniken. Da habe ich jetzt mal den Vibrax durchgestrichen, weil der Vibrax ist so lange Zeit mein größter Feind in der Klinik gewesen, bis ich ihn irgendwann weggeschlossen habe, weil alle immer bei uns, als ich damals, damals ist gut, vor 15 Jahren angefangen habe in der Roland-Klinik, da haben halt alle wie wild Gewibrax und wir haben uns irgendwann mal angeschaut, was macht der Vibrax eigentlich wirklich in der Lunge selber und haben Patienten Bronchioskopiert und Gewibrax und man sieht halt auch, wenn man die ganze Vorspannung wegnimmt, dass in der Lunge selber relativ wenig passiert. Natürlich hat das Effekte so ein bisschen auf die Atemhilfsmuskulatur und kann so ein bisschen relaxierend wirken, aber zur Sekret Mobilisation ist es für mich nicht das Mittel, das ich nutzen würde. Meine Lieblingssysteme sind PEP-Systeme. Das ist eigentlich so das, wo ich sage, das nehme ich fast in jeder Therapie-Session her. Welches man dann auswählt, das kann, glaube ich, jedem frei überlassen werden. Natürlich gibt es welche Systeme, die sich mit der Inhalation verbinden lassen. Ich persönlich verbinde die Systeme eher ungerne. Also die Inhalation mit dem PEP-System dran, das macht die Handhabung für den Patienten wahnsinnig einfach, aber wir wissen so ein bisschen, dass die Position in der Lunge darunter leidet, wenn wir das Mundstück verlängern vorne. Und deswegen finde ich ein PEP-System in Kombination mit Inhalation super, aber ich würde es dann immer so nehmen, dass der Patient inhaliert, einatmet, die Inhalette rausnimmt, optimalerweise den Pausentaster drücken kann und dann das PEP-System in den Mund nimmt und über das PEP-System lange ausatmet und dann die Inhalette wieder dran nimmt. Also ich nutze es tatsächlich gerne, auch in Kombination mit der Inhalation, aber dann als getrennte Systeme. Dann gibt es hier diesen BA-Tube, wo man einfach so ein bisschen die Widerstände definieren kann und ja, eine der besten Methoden, weil sie einfach nichts, nichts bis gar nichts kostet, ist halt der Strohhalm. Da ist es immer wichtig, gerade an die Herren der Schöpfung zu richten, dass vielen nicht immer viel hilft. Also das ist so, auch wenn man die Locheinstellungen bei den anderen Geräten wählt. Also es ist so, man muss sich gut herantasten, was der richtige Widerstand in der Ausatmung ist und es ist nicht so, dass wenn man irgendwie es geschafft hat, das auf schwerste Stellung zu stellen, dass man dann der Beste ist und da gegen Druck einübt, sondern man muss schon gucken, dass man einen guten Mittelweg findet zwischen ich halte die Atemwege offen und ich fange aber an zu pressen. Frage. Matthias liest noch erst ein. Du musst dich anmachen mit deiner Stimme. Da habe ich gemerkt, da hat jemand auch den Vibrax verbannt. Also du bist nicht der Einzige, nicht alleine. Ja, da freue ich mich sehr. Meine Kollegen haben nur den Schlüssel gefunden, wo der steht und nun den immer geht. Aber es gibt halt, aber das ist halt wieder dieses Individuelle, was ich erzählt habe. Es gibt tatsächlich Patienten, die profitieren vom Vibrax. Und wenn das halt manchmal eine Situation ist, wo es so ist, mein Gott, wenn ich das nicht machen muss, dann kann das ein Kollege bei denen gerne mal, wenn das Sekret dann rauskommt, dann ist es doch schön. Genau. Und die nächste Frage ist etwas, was mit der Flatter ist, aber da kommst du ja jetzt wahrscheinlich. Genau, genau. Also das RC-Kornet Plus stelle ich hier jetzt auch nochmal zur Verfügung. Also ist halt auch nochmal eine Möglichkeit. Also ein oszillierendes PEP-System arbeite ich tatsächlich ganz gerne mit. Auch da muss man sagen, man kann das mit der Inhalation verbinden. Auch da ist es wieder so, dass wir einfach das Stückchen verlängern und dadurch an Deposition verlieren. Deswegen auch da, ich kombiniere das gerne mit der Inhalation, aber auch das nämlich getrennt vom Inhalationskopf her. Gut auch tatsächlich für tracheotomierte Patienten zu nutzen. Und auch hier ist es so, dass wir ja, wir haben ja eine Empfehlung geschrieben zur Pandemie für die, für die, für die Covid-Zeiten und für die Betreuung in den Covid-Zeiten. Und auch da haben wir empfohlen, dass man das RC-Kornet tatsächlich mit den Pari-Peps verbinden kann und damit nutzen kann, um in der Ausatmung eine effektive Virenlast zu reduzieren. Also das kann man anschließen und nutzen und das funktioniert. Dann haben wir die verschiedenen Flatter-Systeme oder das OPEP. Da gibt es ja mittlerweile, seitdem da irgendwann ist es abgelaufen, dass es nur noch eins geben durfte und dann kamen mehrere auf den Markt. Auch das ist ein gutes System. Es ist nur ein bisschen, es ist halt lagerabhängig. Also manche Patienten kommen gut damit klar, manche nicht so. Auch da ist es so, ob man jetzt das Cornet wählt oder ob man den Flatter wählt oder ob man, habe ich den noch dabei? Nee. Ob man das A Cappella wählt oder ob man den, wie heißt denn jetzt, es gibt noch ein neues, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber irgendwer wird es in Frage- und Antwort-Gleich schreiben. Ach so, das Aerobica heißt es, glaube ich. ob man den Quake, ich weiß nicht, ob der Quake, ob der überhaupt noch auf dem Markt ist, der war tatsächlich so, der sah aus wie ein Flatter und da musste man oben immer noch drehen, um die Oszillationen zu erzeugen. Das war halt ein bisschen umständlich. Ich glaube, der ist mittlerweile verschwunden. Genau, oszillierende PEP-Systeme, ich finde die super. Ich finde die vor allen Dingen super, weil wenn man das Patienten gibt und denen das an die Hand gibt, dann beschäftigen sie sich damit und dann setzen sie sich hin und in dem Moment, wo die sich mit den Systemen beschäftigen, atmen die bewusst ein und aus. Und das ist schon mal ein super Benefit, wenn wir das haben, dass Patienten sich drei, vier Mal täglich hinsetzen und bewusst sich mit ihrer Atmung beschäftigen und bewusste, tiefe Atemzüge machen und über einen Widerstand dann auch ausatmen. Da gewinnt man schon relativ viel. Dann gibt es den Semiox. Ich wollte ihn nur mal kurz erwähnt haben. Da erzählt gleich die Christina genug zu. Das muss ich jetzt gar nicht machen. Meine Erfahrungen dazu sind, funktioniert im CF-Bereich gut, funktioniert auch im Bronchiektasen-Bereich gut, funktioniert auch bei COPD-Patienten. Aber wie bei allen anderen Dingen auch, es ist einfach individuell. Also ich finde einfach, es gibt nicht eine Sache, die man auf alle anwenden kann. Das ist halt einfach, man muss genau gucken, bei wem funktioniert was und was brauche ich für wen. Und das ist auch beim Cornet und beim Flatter und beim A Cappella so. Das eine ist gut für den einen, das andere ist gut für den anderen. Und ich glaube, wir müssen halt auch gut entscheiden irgendwie, was muss eigentlich sein und was muss vielleicht nicht sein. Und was geht vielleicht auch ohne manchmal. Und häufig tut es auch einfach ein gutes PEP-System oder ein Strohhalm und eine gute Atemmechanik und eine gute Atemtechnik. Das habe ich nochmal reingebracht, weil wir eine kleine Untersuchung mal dazu gemacht haben und weil wir vor kurzem tatsächlich auch mal eine Patientin hatten, die wir damit belastet haben. Also Nasala-Highflow jetzt mit Sicherheit nicht das, was irgendwie der typische Einsatz bei Bronchiektasen-Patienten ist und auch bestimmt was, was eher so für den klinischen Einsatz ist. Kann aber tatsächlich durch seine hohe Befeuchtung dafür sorgen, dass das Sekret einfach ja mobiler, lockerer ist und besser mobilisiert werden kann und kann tatsächlich dafür sorgen, und das haben wir aber jetzt noch nicht nachgewiesen in großem Maße, aber kann dafür sorgen, dass Patienten vielleicht belastbarer sind, weil sie halt die ganze Zeit einen leichten Flow haben, was so ein bisschen wie so ein PEP wirken kann und dadurch einfach die Patienten nicht so schnell in die dynamische Überblärung kommen und belastbarer werden. Dann gehe ich schon über zur Rehabilitation, Sport und Aktivität und eigentlich sind wir ja so weit, dass wir es nicht mehr Sport nennen. Also wir reden ja eigentlich von Aktivität oder Bewegung, weil Sport total abschreckend ist. Und es muss kein Patient auf dem Fahrradergometer, um gut zu sein, sondern wenn jemand aufsteht und dreimal im Block läuft, ist das auch super und wenn jemand irgendwie mit seinem Hund geht, ist das auch super und wenn jemand mit seinem E-Bike fährt, ist das auch gut. Es ist wichtig, dass man sich bewegt. Es ist nicht so wichtig, dass man irgendwie auf dem Fahrradergometer geht und irgendein stumpfes Protokoll abfährt, weil das wäre tatsächlich was, was mich null motivieren würde und wo ich einfach total viele Patienten verstehen kann. Und ich glaube, eine unserer großen Aufgaben in den nächsten Jahren wird sein, Patienten zur Therapie zu motivieren. Und da muss einfach vielleicht manchmal die Therapie auch abweichen von Behandlungsbank und Fahrradergometer und wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, was auch gut wirkt. Also der Effekt und die Evidenz ist bei Sport einfach super. Das ist nicht überraschend, das ist bei COPD so, das ist bei CF so, das ist bei Non-CF-Bronjektase so, das ist bei ILD-Patienten, IPF-Patienten, Sport ist immer super. Und Bewegung ist immer gut. Und das wissen wir ja auch alle aus unserem eigenen Alltag, also sich zu bewegen. Wir wissen alle irgendwie, dass wir manchmal so Tage haben, wo es ist, dass man es nicht will, aber wenn man irgendwie mal drei Tage liegen musste, ist man froh, wenn man sich wieder irgendwie bewegen kann. Wichtig ist immer, dass man einmal testet, wie ist das mit der Bewegung, also ist Bewegung eigentlich möglich, auch was so die Belastung angeht, was ist eigentlich mit dem Sauerstoff und was ist mit den CO2-Werten. Da sollte man sich schon einmal ein Bild von machen und nicht jemanden einfach komplett ausbelasten, ohne zumindest mal auf die Sauerstoff-Werte zu gucken. Und wenn die schlecht sind, dann ist es halt auf jeden Fall schlecht, einfach den Sauerstoff hochzudrehen, wenn wir nicht wissen, was mit dem CO2 ist. Also gerade bei Patienten mit obstruktiven Atemwegserkrankungen sollten wir immer ein Auge darauf werfen, was passiert mit den CO2-Werten, bevor wir irgendwie anfangen, den Sauerstoff hochzudrehen. Und dann ist es so, dass trainiert werden muss, also hier mal ein Bild aus der Klinik und das ist irgendwie relativ typisch, wie wir gerade gehört haben, haben wir häufig kein besiedelte Patienten und dann ist es halt so, dass jetzt kommt dieses Ergometer, aber das hat tatsächlich was damit zu tun, dass in diesem Moment der Sport zu den Patienten ins Zimmer kommen muss und die Patienten halt nicht raus können, so wie sie das gerne möchten und dann verlagern wir es wirklich da rein. Ein kurzer Überblick darüber, natürlich kann Sport im Trainingsraum stattfinden, finde ich am Anfang sogar manchmal ganz gut, um einfach so ein bisschen die Belastungsgrenzen zu ertesten, dann finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man ADL-Situationen mit den Patienten trainiert, also dass man mit denen, wenn die Patienten uns sagen, ich bin jetzt hier und in drei Tagen werde ich entlassen und ich gehe nach Hause und ich muss zu Hause, ich habe totale Angst, weil ich muss zu Hause irgendwie stufen, ja dann ist es ja Quatsch, wenn ich mit denen auf den Fahrradergometer gehe, dann ist es für mich total wichtig zu sagen, komm, wir gehen die Treppen hoch und gucken, was auf den Treppen passiert. Dann ist es natürlich so, wenn wir extrem schwache Patienten haben, dass wir Bettfahrräder haben, die frühzeitig schon wieder bewegen, also man muss so früh wie möglich damit anfangen und da unten sehen wir dann halt so ein bisschen Bilder aus der digitalen Zukunft oder wie man es nennen will, obwohl digitale Zukunft, das eine ist eine Wii, das ist jetzt auch schon irgendwie zehn Jahre alt oder so, aber wir haben tatsächlich auf einer Station mal eine Wii aufgebaut und das hat dafür gesorgt, dass die Patienten auf einmal aus ihren Zimmern gekommen sind und sich wahnsinnig bewegt haben, weil einfach Spaß ein großer Motivator ist und da unten sehen wir einen mit so einer Virtual Reality Brille, auch so einem Ding, wo man dann so fliegen kann und da tatsächlich total gute Übungen auch für die Rücken und Muskulatur machen kann und für die Stabilisation und der Vorteil an diesen Virtual Reality Brillen, das ist uns bei Patienten aufgefallen, wir haben zwei Stück da und haben da auch im CF-Bereich, zwei Patienten, muss man sagen bisher, weil es mit der Hygiene nicht so einfach ist, aber mal getestet und was wirklich verrückt ist, ist, dass wenn die in die gleiche Pulsregion kommen, die Belastung nicht als so anstrengend angesehen wird, also man ist quasi so abgelenkt über diese virtuelle Realität, dass man das halt einfach nicht so anstrengend findet, wie wenn man auf einem Fahrradergometer sitzt und man kann sich, und das glaubt man gar nicht, aber man kann sich unglaublich auspowern unter diesen Dingen und sehr, sehr schwitzen und extrem lustige und gute Sachen damit machen, also ich glaube, das hat schon Potenzial und wir haben natürlich die Altersstruktur von Bronchiektasen-Patienten gesehen und das sind natürlich jetzt, wenn wir an die Älteren denken, ich glaube, der Matthias hat gesagt, hauptsächlich betrifft irgendwie 60- bis 70-jährige Männer, denen muss ich jetzt nicht mit einer Virtual Reality-Brille kommen, aber wir haben auch jüngere Patienten mit Bronchiektasen und ich glaube, wir werden in nächster Zeit, wenn wir genauer hinschauen, auch noch viel, viel eher die Patienten rausfiltern und dann schon diagnostiziert haben. Also, was ist die abschließende Antwort? Sport, Atemtherapie und Rehabilitation muss das sein, auf jeden Fall muss das sein und ich glaube, wichtig ist, dass wir bereit sind, unsere Therapie total zu individualisieren, dass wir bereit sind, uns auf die Bedürfnisse unserer Patienten einzustellen und das hat mich gestern Abend noch so ein bisschen umtrieben und das war ja ursprünglich, war mal geplant, dass wir TEP-Fragen stellen und ich habe mir gestern Abend eine Frage eingestellt, das hätte mich interessiert, weil die Frage, die ich mir manchmal stelle, ist, wie wichtig ist eigentlich das Krankheitsverfahren, das Krankheitsbild für uns, dass wir wissen, was hat der Patient? Oder ist es manchmal nicht sogar vielleicht gut, sich einfach wirklich ein Bild von dem Patienten zu machen und zu gucken, was hat der eigentlich für ein Problem und wie lösen wir das? Und brauchen wir dafür immer ein Krankheitsbild? Das hat mich gestern irgendwie bewegt. Muss ich noch mal darüber nachdenken, vielleicht irgendwann anders mal. So, jetzt gibt es noch ein paar Fragen, ich bin, glaube ich, durch. Ich würde sagen, nachdem die Zeit jetzt schon sehr fortgeschritten ist, wir machen gleich weiter mit dem dritten Vortrag. Erst einmal vielen Dank, vielleicht haben wir ja am Abschluss noch ein bisschen Zeit dafür. Vielen Dank.